Du, Shorty, wir waren doch neulich in diesem Arztzentrum. Du meinst im Zentrum für Kinder mit Kurzdarmsyndrom? Ja, da hat mich ein Junge im Wartezimmer gefragt, ob ich auch ein Stoma habe. Ich wusste aber gar nicht, was er damit meint. Klingt, als ob du neugierig bist, Mia. Willst du wissen, was ein Stoma ist? Oh ja, du erklärst immer alles so toll. Ein Stoma ist ein anderer Ausgang für den Darm, der nach oben zum Bauch führt. Menschen mit einem Stoma scheiden ihre Essensreste nicht über den Po, sondern über diese neue Körperöffnung aus. Wie wird das Stoma gemacht? Das Stoma haben sie in einem Krankenhaus unter Narkose bekommen, also während sie tief und fest schliefen. Es wird aus einem Teil des Darms geformt und schaut vorne am Bauch raus. Klingt irgendwie komisch. Ist bei vielen Erkrankungen aber die Lösung. Warum? Bei manchen Leuten ist der Darm so kurz, dass sie nicht normal zur Toilette gehen können. Andere wurden am Darm operiert und sollen ihn erst einmal schonen. Dann wird das große Geschäft zum Stoma, dem Ausgang am Bauch, umgeleitet. Wie sieht ein Stoma denn genau aus? Das kommt darauf an, wo im Darm es angelegt ist. Bei einigen Leuten sieht es aus wie ein flacher Knubbel, bei anderen ragt ein kleines Stück raus. Die sogenannte Darmschleimhaut, aus der das Stoma besteht, ähnelt der Haut in deinem Mund. Sie ist rot, weich und feucht. Und wenn die Leute mit Stoma mal müssen? Mit einem Stoma lässt sich normalerweise nicht kontrollieren, wann der Darm etwas ausscheidet. Das passiert einfach so. Deshalb klebt um das Stoma herum ein Hautschutz, an dem ein Beutel hängt. Der Beutel fängt die Ausscheidungen auf. Das wird Stomaversorgung genannt. Riecht das? Nein, die Beutel haben Filter, durch die keine Gerüche durchkommen. Wenn man ein Stoma hat, muss man also nicht aufs Klo? Klingt gut, ich muss nämlich ganz oft. Mhm, Kinder mit einem kurzen Darm, so wie du, müssen häufiger, weil ihr Darm nicht gut verdaut und das Essen schneller durchrutscht. Aber auch mit Stoma geht man zur Toilette, um Pipi zu machen und um den Beutel zu leeren oder zu wechseln. Leider kann die Haut rund um den Beutel schnell wund werden. Daher ist es sehr wichtig, das Stoma regelmäßig zu pflegen. Dabei wird die Versorgung abgenommen und das Stoma sowie die Haut drumherum vorsichtig gewaschen. Manchmal wird auch eine Paste für den Hautschutz aufgetragen. Ist das schwierig? Wenn die Kinder älter sind, können viele ihr Stoma selbst versorgen. Sie haben es mit ihren Eltern geübt. So etwas lässt sich lernen, genau wie Zähne putzen oder eine Schleife zu binden. Puh, klingt trotzdem alles ganz schön schwierig. Ja, Mia, ein Stoma bedeutet viel Arbeit für eine Familie. Es zu pflegen kann anstrengend sein und nicht immer läuft alles glatt. Aber für die Kinder ist das Stoma absolut notwendig. Und die Familie wird auch von Krankenschwestern oder Pflegern unterstützt. Ach so. Außerdem ist das Stoma eine Sache der Gewohnheit. Manche Kinder kennen es nicht anders und kommen oft ganz gut damit klar. Das Wichtigste habe ich dir noch gar nicht erzählt. Kinder mit Kurzdarmsyndrom haben das Stoma oft nur eine Weile. Irgendwann brauchen sie es vielleicht nicht mehr, weil ihr Darm verheilt ist oder besser verdauen kann als früher. Das klingt ja toll. Ah, deshalb hat mir der Junge im Wartezimmer gesagt, dass er sein Stoma bald los ist. Jetzt weißt du also, was ein Stoma ist. Du bist wirklich der beste Erklärwehr der Welt. Und du bist lieb. Aber jetzt muss ich mal ganz dringend aufs Klo. Bin schon draußen. Bis später, Shorty. Ihr sucht Experten oder weitere Informationen zum Kurzdarmsyndrom? Auf unserer Patienten-Website findet ihr alles rund um das Kurzdarmsyndrom und spezialisierte Zentren in der Nähe.